ja meine Leute seit ganz herzlich willkommen hier bei der Liga DG ich bin der DG und ich habe die nächste Wackelpuppe bekommen ich bin hier gerade bei Moment die Karte da ist es um Fort Hagen Hagen ich bin hier durch das Dach gekommen also hier oben durch die durch die Luke hab hier gerade alles schon gecleared und ähm jetzt muss ich hier durch eine Etage runter also durch das Exit einfach eine Etage runter und ein bisschen war ich hier lang genau hier lang und dann ist hier rechts der Fahrstuhl mit dem fahren wir jetzt runter weil wir unten angekommen sind werde ich euch den Weg weiter zeigen ja hier unten angekommen natürlich haben muss man erstmal hier ein bisschen die SIS klären also töten hier kann man die Tür aufmachen da kann man wieder in das andere Gebäude wieder reingehen wo es früher mal versperrt war man geht hier einfach geradeaus durch ähm ja tötet hier alles so ein bisschen geht dann hier runter und dann betretet man hier muss man auch durch natürlich betretet man die Kommandozentrale ähm da ist auch die Questreihe natürlich die Kommandozentrale von Fort Hagen hier müsst ihr auf jeden Fall rein ja wenn die Kommandozentrale äh betreten habt müsst ihr natürlich erstmal hier paar SIS töten äh die komische Roboter Viecher dann dürft ihr einfach hier runter ganz normal hier hätten wir auch ein Geschützturm vorm Exit Tür hier vorne hier war ein Geschützturm glaube ich so hier ähm muss ich ganz kurz gucken ah genau ein bisschen hier rechts ähm hier lang hier links glaube ich und dann sieht man diese Leiche hier ist eigentlich ein ganz kurzes Merkmal den Raum hier rein äh ist ein großer Raum einfach hier durch und hier steht schon die nächste Wackelpuppe die wir jetzt gefunden haben ausgezeichnet die Energiewaffe Waffen Wackelpuppe Mensch du hättest dauerhaft 25% Kritzenschaden mit Energiewaffen ähm sehr schick das Ding das mit seiner Köln Pistole vorne natürlich in Hand ähm ja das war eine 13. Puppe dann bedankt man fürs Zuschauen bis zum nächsten Wackelpuppe hoffe ich bis zum nächsten Mal der Defendierde Giergi bis dahin tschau tschau giergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergiergierg